Pietro Lombardi postet erstes Foto mit seinen beiden Söhnen. Pietro Lombardi, 30, lästig. Pietro Lombardi, 30, lästig. Pietro Lombardi, 30, lästig. Trotzdem schafft es ihr Papa, beide oben zu halten. Besonders süß, Mini Leano scheint sich am Pullover seines großen Bruders festzuklammern. Zu der Aufnahme schrieb der 30-Jährige schlicht, meine zwei Jungs. Mein Leben. Apropos großer Alessio, ist er schon groß genug für Fitnesstraining? Anscheinend schon, wenn man Papa Pietro fragt. In seiner Story ist nämlich zu sehen, wie der Musiker im heimischen Gym trainiert, im Hintergrund sieht man seinen Ältesten, der sich offenbar an Liegestützen versucht. Aus- warum acheter Alessio vorGHUő Media Aus- ole Qizji Vielen Dank.